Hallo, heute sind wir im Kölner Zoo. Der Favianfelsen, was viele nicht wissen, ist auch historisch, der ist von 1914. Der alte Hagenbeck, Karl Hagenbeck, hat da selber noch mit eingegriffen und geplant, hat den Ersten Weltkrieg unbeschadet überstanden und auch den Zweiten ist für viele Kölner auch einer der Orte hier im Zoo, da ist immer was los bei den Mantelpavianen, die wir erhalten und eben, wie gesagt, über 100 Jahre alt schon. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 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 Und jetzt das Abonnieren nicht vergessen und schaut einfach mal in unsere Playlist über den Kölner Zoo. Untertitelung. BR 2018